Der Tag reicht sich dem Ende. Ich mach schon mal das Feuer an. Schönes Feuer anfachen. Ach, das Leben im Wald ist doch schön. Wenn nicht gerade die Kannibalen kommen und einen nerven, macht das schon ziemlich Spaß. So, kommt mal her, Schildkröten. Ich hol mir mal noch ein bisschen Fleisch. Damit ich ein bisschen Fleisch ab dabei hab. Fleisch ab dabei hab. Fleisch ab dabei hab. Fleisch dabei habe für morgen. Oh, da liegt nur eins. Gut, drei Stück reichen auch vollkommen aus. Hat eigentlich... Ich hab hier doch mal so eine Falle hingestellt, ne? Oder so ein... So ein Dings, ne? Hat ausgelöst, aber nichts drin. Oh, jetzt wieder Marigold. Das ist wichtig. Das brauchen wir auch für Medizin. So, da wird es auch schon dunkel. Oh, war hier gerade irgendwas? Ne, Alter, ich krieg schon voll Paranoia. Das ist doch schlimm, ne? No. Ach, wir können doch hier auch nicht schlafen. Wir müssen noch warten, bis das vorbei ist hier. Mann, was können wir denn mal machen? Ach, wir gucken mal ein bisschen mein Inventar durch. So, was ist man hier mit diesen... Can be used to refill rebreather. Was soll uns das bringen? Wir haben keine Federn. Keine Federn? Müssen wir uns aber mal schnell nichts aufmachen, irgendein paar... Ein paar Vögel hier. Abzumurksen. Oh, jetzt sind die Federn weg. Scheiße. Da ist eine. Das ist ein Stein. Hehehe. Geil, wir können uns mit... selber Steine werfen spielen. Geil. Wir haben eine... Beschäftigung. Oh, jetzt ist der Stein durch die Wand durch. Scheiße. Der Vogel liegt immer noch hier. Ich muss das reparieren. Oder wie repariere ich das so? Zack. Ist immer noch dieser hässliche Vogel da dran. Ach, der respawnt bestimmt irgendwann. Da. Da ist noch ein Stein. Jawohl. Lass Steine spielen. Okay, jetzt. Jawohl. Feder. Da war ne... Feder. Ich will die Fed... Da. Oh, hallo. Ja. Oh, hallo. Na, was geht ab? Ähm, Bros? Lol. Hat der gerade nicht bei sich angemacht? Oh, warte mal, warte mal. Jetzt. Oh. Oh, oh. Das hat dir ja nicht gefallen. Jawohl. Die ist ins Feuer gelaufen. Wie geil ist das denn? Wow. Hallo. Krass. Was geht bei dir ab? So. Boom. Bitch. Bam. Ja. Zack. Hammer. Hier war noch einer. Hallo? Ach, die Frau da ist immer noch am Start. So, warte mal. Den müssen wir erstmal kalt machen. Ähm, die da hinten. Na? Kommst du an meinem Garten nicht vorbei? Alter, die ist ja komplett verbrannt, Junge. Krasser Scheiß. Ups. So. Die hätte gleich im Feuer liegen bleiben können. Hätest du mir Arbeit erspart, ey. So. Wer will noch was haben? Wer will, wer will? Wer hat noch nicht? Ah, du. Boah. Oh, die war nicht drin. Jetzt ist sie drin. Haha. Boah, Alter. Der Tag, der ist ja noch richtig spannend geworden, ne? So, jetzt hier mal mal schlafen. Am lodernden Feuer der Kannibalen. Schlicht ist sich doch gut. Ja, das ist nämlich mein Problem. Ich hab halt nichts mehr. Ah, ich trinke einfach ein bisschen Alkohol. Das geht eigentlich auch. Davon habe ich eigentlich genug. So, zack. Oh, Alter. Die ganz Knochen. Guck dir die ganzen Knochen an. Can't carry any more skulls. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Wie viele liegen da noch drauf? Einer war, ja. Also war der Chef. Der Chef von denen. Chef. Chef. Der Chef. Oh, krass. Hier liegt dieses Ding. Okay. So, Bone Armor sind wir vollständig ausgerüstet. Können wir auf Expedition gehen, meine Freunde? Meine Freunde, der Sohn. Können eigentlich mit dem Bootenstück, mit dem Boot fahren, aber da habe ich kein Bock. Ähm. Ja, gehen wir mal hier lang. Gehen wir mal hier hoch. 89 von 150 haben wir schon. Boah. Hier beim Morgengrauen. Hoffentlich machen die meinen Lager nicht kaputt. Hoffentlich geht sowas nicht. Das würde mich sehr freuen, wenn sowas nicht geht. Weil ich habe nämlich kein Bock, dann wieder die ganzen Mauern da zu bauen. Und die Mauern, die sind echt wichtig. Guck mal, das ist wie, das ist wie so eine Landebahn hier. Vom Flugzeug irgendwie. Hätten wir eigentlich genau reingepasst. Aber naja. Der Kapitän hat über uns entschieden. Wenn er denn überhaupt noch... Ach nee, wir sind ja nur als Heck angekommen. Wir sind ja gar nicht im Ganzen angekommen. Was gibt es hier unten denn alles so Schönes? Wow. Spawnt erstmal ein Anker vor mir. Auch gut. Oh, ein Hai. Ha. Fletch. Ich habe einen Hai-Kopf. Ich habe einen Hai-Kopf. Ey, der Haider lag da vorne, aber noch nicht. Riecht durch den eigentlich irgendwie Fleisch, lieber. Ich kann den nur wegmachen, ne? Booth. Noch mehr Booth. Can't carry anymore Booth. Krass. Was es hier alles gibt, Alter. Ich will Booth. Ich will Alkohol. Wo kommt der denn eigentlich her? Den müssen wir ja denn die ganze Zeit auf dem Flug gehabt haben. Alter, der muss ja dann auf dem Flug gewesen sein. Mit an Bord. Der Maschine. Einstein. Okay, hier war jetzt nichts mehr so Interessantes. So, hier sind die Haie. Aber aus Haien kriege ich kein Fleisch, wa? Was macht der hier klar, Alter? Der macht hier Yoga-Übungen. Äh. Zack. Ne, Fleisch bekomme ich da nicht. Ich bekomme nur so einen geilen Hai-Kopf. Alter, den müsste ich mir doch eigentlich auch irgendwie als Trophäe an meine Wände machen können, oder? Das wäre doch übelst geil. Das Lager. Aber das ist ja von anderen Überlebenden. Also der Anker, der ist mir schon irgendwie suspekt. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, dass der Anker so groß ist. Ja? Wie groß ist dann das Schiff dazu? So, was haben wir denn alles hier? Oh, eine Soda. Genau das, was ich wollte. Ein paar Tennisbälle. Ist das auch ein Tennisball? Eine Flair. So ein Circuitboard. Und einen Topf. Ah, einen Topf habe ich schon. Okay, ach, hier könnte ich theoretisch auch speichern. Krass. Oh, speichern muss man unbedingt machen, wenn ich wieder zurückkomme. Das wäre jetzt mal ein bisschen scheiße. So. Was gibt es denn hier noch alles so? Mal ein bisschen die Küste entlang flanieren. Und gucken, was geht. Was ist das hier eigentlich? Okay. Alter, das sieht voll komisch aus. Loll. Achso, das war eine Welle. Aha. Hm. Da ist eine Insel. Da hinten. Ah, ja, zu den Inseln. Da fahren wir dann auch mal hin. Oder müssen wir dann hier aber ganz schön weit fahren. Ah. Aber das machen wir auf jeden Fall. Wieso hat das jetzt geleckt? Komm jetzt wieder hier. Kannibalen oder irgendwie sowas. Das wäre nicht nett. So. Alter, wie viele Steine einfach mal rumliegen. Hm, was ist das hier alles? Loll. Ist das ein Aussichtspunkt? Wir haben eine Touristenattraktion gefunden. Oh, und hier oben liegt sogar noch was. Was ist das? Soda und Cash. Wir haben eine Aussichtsplattform gefunden, meine Freunde. Oh, Alter. Mir juckt es ja so, in den Fingern hier runter zu springen. Aber das möchte ich echt nicht riskieren. Seilen wir uns wieder ab. Ist es das, was ich sehe? Sind das Container? Container? Ernsthaft? Wo kommen die denn her? Alter, da könnte übelst der geile Stuff drin sein. Ist ja der Hammer. Die Küste hier ist ganz schön groß. Muss ich sagen. Oh, hier liegen Koffer. Oder? Ist das ein Koffer? Ja. Krass. Alter, wie viel Koffer? So. Na doch. Kleidung können wir immer mehr brauchen. Brauchen wir für unsere... Rüstungen. Ich habe irgendwie ein Rennen hören. Ich weiß auch nicht. Kaninchen! Geil, wir haben unser erstes Kaninchen gefunden. Cool. Haben wir auch mal anderes Fleisch. Nicht immer nur Schildkröte. Ein Lizard. Ich kriege die Krise. Geil. Lizard-Skin kann man auch als Rüstung verwenden. Da ist noch einer. Ja, da lächst mich doch am Arsch. Nice. Hier, weil hier Lizard-Skin können wir nämlich auch benutzen als... Amor. Wieso sind denn hier die Hasen so langsam? Ich habe die Hasen doch immer nicht erwischt, weil die so schnell waren. Meine Güte. Oh, der ist wieder schnell. Der war wieder schnell. Alter, wie viel Container gibt es hier bitte? Wollte mich verarschen? Krass, was sind denn hier? Ey, Buddy! Was geht ab bei dir? Nice. So, mal kaputt hier. Kaputt, die Scheiße. Hallo? Ach, krass. Und lol, lol. Can't carry anymore Circuit Boards. Und lol, sind hier immer nur... Sind hier nur... Circuit Boards drin? Äh... Ach, will ja, hier gibt es auch noch was anderes. Wieso hat sich die Kiste hier bewegt? Lol, noch mehr Kissen, Alter. Okay, die Kissen bangen hier irgendwie drum rum. Okay, da ist nichts drin. Was ist hier denn so? Kissen nur, äh... Circuit Boards. Nur Circuit Boards. Was ich alle schon habe. Was ich alle schon habe. Ah, hier ist wieder ein Laptop. Kann man kaputt machen. Leih, das war ja ein geiles Geräusch. Kannte ich ja noch gar nicht. Okay. Dann den Coins. Ist auch nichts drin. Wow. Alter, der Sound ist ja creepy. Da vorne sind noch mehr Aussichtsplattformen. Covered in blood. Wash it off to avoid infection. Alter, wie viel Boost es einfach mal auf dieser Insel gibt. Alter, wie weit muss man denn hier mal laufen? So. Dann spürschen wir uns mal hier noch ran. Ja, das wird auch das Letzte sein, weil wir müssen ja auch wieder zurückkommen, was wir heute machen. Weil nachts hier so rumlaufen. Ich meine, ich bin zwar ganz schön gut ausgerüstet, aber muss mir den Stress nicht machen. So, wie geht das jetzt hier? Ach, da unten. Ach, ich starte im Stein. Geil. Ob man sich hier auch verstecken könnte? Vor den bösen, bösen Menschen. Okay. Metz habe ich schon alle. Dann gibt es hier noch unseren Aussichtspunkt. Was kann man hier? Was gibt es da oben? Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass man das Cockpit finden kann und dass dann im Cockpit die Flares sind. Äh, die Flair Gun ist. Ja, aber wo soll das sein? Das Cockpit. Das gehen wir dann mal auch noch irgendwann suchen. Boah, jetzt bin ich wieder hier hochgegangen. Was soll die Scheiße? Will runter. Das ist so. Ja, das ist so.